Hey Leute, ich wollte mich erstmal bedanken für 50 Abonnenten, yay! Und jetzt eigentlich zur eigentlichen Ansage, die ich jetzt hier machen will, und zwar Dome und ich, wir werden jetzt jeden Montag ein Video hochladen, indem wir einfach irgendwelche Spiele spielen, auf die wir gerade halt mal Lust haben. Aber wir zu den Spielen kein wirklich das Let's Play machen wollen, und deswegen nennen wir das auch nur Dies und Das. Und dann würde ich sagen, habt mal viel Spaß mit dem ersten Part. Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Fun-Game, und zwar bei Let's Play Minecraft Herobrine auf dem komischen Server hier mit Dominik, der gerade aber noch stumm geschaltet ist, weil ich sonst seine Aufnahmen aphorisch und der meine, also den Anfang. Und wir spielen Herobrine, so heißt dieses Dingsbums, und da muss man als Gruppe Herobrine killen, und ich hoffe mal Dominik hat jetzt die Ansage fertig. Hallo. Ja, richtig. Denn jetzt sind wir hier zusammen, auf diesem Kaga-Server. Ja, wir sollten vielleicht mal erklären, was die Herobrine ist. Ja, also ich hab's gerade mal erklärt, aber du kannst nochmal für allgemein erklären, wie du besser erklären kannst. Ja, und zwar, Herobrine ist einer gegen alle, Herobrine gegen die Survivor heißen wir, und wir da spawnen einfach mal so. Oh, wow. What the fuck. Da war Kohle, meine Kohle. Oh, nicht meine Kohle. Alter. Ja. Bin tot. Das ging aber schnell. Da ist, da ist die Herobrine. Ja, und zwar, da spawnen so Scherben, also Scherben, die man gerade im Chat gesehen hat, und der Kompass zeigt dahin, wo die sind, die spawnen. Wer da, 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 wo er da hinten. In dem Fall müsste er jetzt hinten gespawnt sein, und einer hat sie jetzt aufgesammelt, und muss sie dann hier hinbringen, zu dem Entchantment Table. Und umso mehr Shards, die aufsammeln, umso stärker werden so. Es gibt insgesamt drei. Ja, und es gibt fünf Klassen bis jetzt, und irgendwann kommen auch noch, sind es insgesamt zehn Klassen, aber vier werden davon, äh, Premium-Klassen sein. Gleich wird man den Ding sehen, äh, mal kurz. Den Herobrine, den könnt ihr zwar jetzt noch nicht sehen, aber ihr könnt ihn, erkennt hier an diesen komischen, schwarzen Partikeln da. Schwarzen Rauchpartikeln. Aua, der hat auf mich einen Verkiffungstrank geworfen. Und wenn man den dann trifft, kommt sowas, als ob man Place getroffen hat. Alter, ich sterbe. Ich sterbe? Ne, ich sterbe doch nicht. Ja, und schon wieder eine Chart ist da. Sag mal, wo die Chart ist, Lukas. Ja, ich such gerade, äh, im, ja toll, ich hab die Minimap jetzt nicht, kann ich dir nicht sagen gerade. Es geht auch mit F3 ab. Ne, egal, der, äh, Hubein rennt da hin. Scheiß, ich bin tot. Egal, können wir noch der, der, der Ding hier nachgucken, wie die das jetzt schaffen. Oder wollen wir neue, neue Runde beginnen? Ja gut, aber dann nehme ich das noch alles mit am, am Spieß auf, ne? Ja, ich auch. Wie komme ich hier nochmal raus? Neu connecten. Oh. So. Wahrscheinlich, wahrscheinlich geht das jetzt bei mir nicht. Ah, doch. Äh, ich stehe vor dem Teil drauf. Ja, welches geben wir? Äh, 6? Ne, 6 ist voll. Warte, 11 ist gerade. 10. 10 ist gerade. 11? Okay. 10, ja, 10. 10, boah. Bin drin, ich nehme wieder den Scout. Ja, ich nehme wieder den Priester. Weil ich den Priester mag. Meine Skills hier im Jump'n' One. Ich war schon da oben an den gelben Leitern. War drauf und dann hat die Runde angefangen. Richtig geil. Verdammt. Und wir nehmen heute das erste Mal unsere Stimme mit Outer City auf. Du. Ja. Aber bei dir ist mit The Walking Dead halt scheiße synchronisieren. Ja, das ist halt voll Kacke vom Spiel aus. Och man, da hatte ich keinen Gurgeljump. Und man sieht, unten habe ich so... Da wundert sich einer, warum er 18 Frames hat, wenn er mit dem Laptop mit dem E5-Prozessor auf Renegistanz Extreme spielt. Würde ich auf Extrem spielen, ne? Da könnte ich keinen Schritt laufen. Ich kann schon einen Schritt laufen. Ich glaube, ich 10 Frames oder so. Wow. Ne, sogar noch... Ich habe mehr, aber das ruckelt richtig. Warte, ich kann es ja mal anmachen. Ja, dass deine Aufnahmen abbricht und du noch scheiße Probleme bekommst, wenn wir synchronisieren. Ja, mach das mal. Ich habe 30 Frames. Oh man, ist das scheiße. Ich stelle es wieder auf normal. Ah ja, und sorry, dass ich auch ohne Textur in Pack spiele, weil 1.5 hat man Minecraft total zum Leggen gebracht, egal was ich mache. Meins auch. Das ist voll kacke. Ja. Ja, deswegen mit Default. Und man würde mich vielleicht besser verstehen und mit dem Mausklicken nicht mehr so hören, weil ich habe meinen Großmammbraner jetzt anders hingestellt. Der hängt mir jetzt nicht mehr vorm... Was geht los. Der hängt mir jetzt nicht mehr vorm Auge, sondern voll in der Fresse. Ich muss aber nur kurz meine Klasse erklären. Und zwar bin ich Priester. Und zwar hat eigentlich jede Klasse ein Schwert und ein Kompass. Glaube ich mal. Und zwar ist gerade jemand bei mir jetzt noch nach Hause gekommen. Und ich habe auch noch hier diese zwei Dinger hier, genannt Notch Wisdom. Und da kann ich Spieler, die nah bei mir stehen, für fünf Sekunden heilen. Also fünf Sekunden heilen und pro Sekunde ein Herz, heißt fünf Herzen. Und ich habe auch noch hier meinen Wolf und der kann Hero Brian erschnüffeln, wenn der bei mir in der Nähe ist. Dominik ist Scout und Scout ist halt schnell, hat ein Schwert, hat einen Bogen. Pfeile unten. Ding, ach, ist die Schad schon gespawnt? Oh ja. Einer hat sogar schon die Schad aufgehoben. Ja. Ja, aber die Map hier finde ich auch extrem geil. Ja, ich finde die sieht voll genial aus mit diesen Schneebäumen und alles. Warte, ich gehe mal ein bisschen weiter höher, dass man einen Überblick sieht. Ah, da bist du. Hier sind halt so wie so eine Gletscherwand. Hier sind halt so Schneebäume. Und was das da ist, ist wahrscheinlich eine Brücke. Oder so, die halt aus Eis besteht. Da ist Hiropa in Verholung mit mir. Alter, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Hä, ich sehe ihn nicht mehr. Und mein Hundi, mein Hundi schnüffelt nix. Und ich glaube, wenn alle drei Shards collected sind, dann wird er, sieht man den, also dann wird er menschlich. Keine Ahnung. Also, wir haben es gestern, waren mal alle drei, hatten wir dann gehabt, aber dann war er auch sofort tot. Eine Shard has spawned. Und einer hat sich schon aufgesammelt. Alter, was ist das für Hundi? Kinder, ey. Äh, Mama, könntest du bitte die Tür so lang zumachen? Das dauert nicht mehr lang. Wir haben ja erst sieben Minuten. Hm. Andrea Harpe. Andrea Harpe, mein herzliches Beileid. Was heißt denn, wenn der Name oben, äh... Warte, Alter, irgendwo. Soll ich dich mal heilen? Der braucht Heilung. Warum heile ich dich nicht? Ich brauche Heilung. Ich heile dich doch. Warte, Lukas, hier, hier. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Heilst du? Ja. Danke. Ist ein Priester nicht geil. Und dann, komm mal, dass du die Tür zugemacht hast. Da ist er. Da, ja. Ich hab' auch gesehen. So, die letzte Scherbe. Hero Pine soll vorher nicht sterben. Ich will ihn einmal als Mensch nicht sehen. Okay, der hat die Scherbe. Dann renne ich mal zurück zum Spawn. Oh, wehe. Wehe, der stirbt jetzt. Warte, ich will ihn einmal sehen, wie das dann ist, wenn er in menschlicher Gestalt ist. Da ist er. Aua! Bin tot. Oh, bist du schlecht auch nicht. Ich geb' da klein. Ich hatte mindestens... Warte, er hat die Scherbe und wo ist die Robe rein? Die Robe rein ist mein Juni und Deppeln. Toll. Okay, wir haben gewonnen. Ja. Äh. Noch eine Runde, oder ja? Ja, wir können noch eine Runde machen. Lass mal auf Server 10 gehen, ja, wir startet grad. Ah, gut. Aber ich will mal eine neue... Ne, das ist schon wieder die Map. Ich will mal eine andere Map. Willst du eine andere Map an? Muss ich wohl rejoinen. Tja, hart ist das Leben, wa? Äh, also 13... Ne, okay, 13 können wir nicht mehr. Äh, 19 hat 8 noch. Ja, mal gucken, welchen Map. Arktik trifft es doch wieder die Schneemap, oder? Ja, Ancient Blood würdest... Würdest... Ja, oder dieses... Dieses... Fa... Fa... Der Fairground würd ich auch mal gern sehen. Alter. Fear restartet immer noch. Nein! Bitte lass es nicht mein Internet sein. Bitte, 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 bitte nicht. Da war mein Internet weg. Und da war dein Internet weg. Ja, da war dein Internet weg. Und ich... Zum Glück war es deins und ich meins. Welcher bist du? Äh, noch gar keins. Okay, dann lass mal warten. Fünf, wie ich starte. Vier war grad ne neue Map, aber... Fünf, okay. Fünf, 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 mal gucken, welche... Ja, sieben. Fünf. Sieben, sieben, sieben. Sieben. Bin drauf. Ich auch, ich bin wieder scouten. Jetzt zeig ich euch mal meine guten Jumpin' One-Künste. Schon wieder. Hust, hust. WTF, siehst du das auch? Hm? Hier so ein Strich dazwischen. Und vorhin hat einer... In der ersten Dings hat einer geschrieben, dass du... Also da wurde erst getötet, sofort getötet worden. Hat einer geschrieben, dass ein Skin hässlich ist. Oha. Seine Oma ist hässlich. Dein Skin ist ne Hunter, der ist ja hässlich. Und falls ihr wisst, was ne Hunter ist, guckt das Left 4 Dead Let's Play. Ja, das braucht man mehr Aufrufe. Genauso wie mein Tech-Letsplay. Oh, scheiße. Macht ihr das eigentlich unendlich lang, oder...? Keine Ahnung. Bis wir alles, was es da gibt, einmal hergestellt haben. Ja, okay, dann unendlich lang. Äh, nein, ich nehm jetzt nicht an. Philipp hat mich nämlich grad angerufen mit irgendwelchen Leuten da, wo er mich voll ignoriert. Ja, okay, dann nicht. Ach ja, Donne, ich hab mir überlegt, dass, wenn ich mir, äh, irgendwann mal den Großmanbraner doch irgendwann holen sollte, dann nächsten Monat. Nicht, wenn der Billy noch billiger ist. Ich glaub, der wird wirklich nicht billiger. Ja, hallo, 89 Euro. Ja, ich weiß. Drückt alle, Alter, 4. Ja, dein Bruder hat. Oh, bloß, Alter, 4, 4, 4, Kekse! Bloß, äh, 4. Mann, selbst da mach ich recht, Schreibfehler. Und ich hab immer noch 0 Punkte. Ich hab 40. Einmal, weil ich die Wine getötet hab, und einmal, weil ich ne Schad zurückgebracht hab. Was ist denn, Slash-Hub? Ich würd's nicht machen. Nein, da kommst du. Ah! Und dort hat's angefangen. Und die hier beschwören. Die Map sieht irgendwie interessant aus. Wo bist du? Wir laufen in dem Dings rum. Ich bin da eher oben, wenn ich hier oben, hier oben, hier und hier hinten halt, oder? Ich will, ich will da runterspringen. Ich will ne Schad sammeln. Ich will da runter. Eigentlich wollte ich heute die Walking Dead aufnehmen, ja. Was wollen wir die Walking Dead aufnehmen? Ne, ich kann eigentlich noch. Nein, ich kann nicht aufnehmen. Ah, fuck, oder doch? Doch, ich zwinge noch. Ich zwinge mich dazu. Ich zwinge mich dazu. Weil, weil eigentlich müsste morgen ne Folge raus, die noch nicht gerendet ist, noch nicht aufgenommen, und noch nicht hochgeladen. Ne Schad. Wie hast du keinen Fallschaden bekommen? Warum Fallschaden? Warum Fallschaden, Dominik? Weil, warum? Ach, weil Baum. Wo soll die Schad sein? Ich glaub, da unten. Ich glaub, ja, ich glaub, ich glaub, ich, 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 ich hab sie. Ne, ich hab sie nicht. Das ist gar nicht schade. Das ist ein Nedastra. Doch, ich hab sie! Scheiße, ich seh' nichts mehr. Ja, das ist normal. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich bin betrunken. Wo sind deine Koorts? Was sind deine Koorts? Weiß ich nicht. Ich seh' auf jeden Fall nichts mehr gescheit. Ah, jetzt geht's wieder. Alter! Luchsen 2000. Ich seh' nichts mehr wegen dir. Sind wir schon oben? Ah, wir sind schon oben. Ach man, jetzt bin ich jetzt ja runter. Ich kann doch nicht sprinten, ne? Na, ich kann doch schon... Ah, jetzt kann ich. Attacke! Boah, das ist erst mal, dass ich so einen Nedastern hab. Rechtsklick drauf. Äh, ja. Toll, jetzt hab ich... 13 Minuten, 14 Minuten. War's das, oder? Ja, ich ver... Abschiede mich dann hier von meiner Seite aus. Ich verabschiede mich dann auch. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann auch mal wieder. Und wir sehen uns vielleicht. Bis dann.